20. Januar 1942 in einer idyllisch gelegenen Villa am Großen Wannsee in Berlin. Reinhard Heydrich, der Chef des Reichssicherheitshauptamts, lädt ein zu einer Besprechung mit anschließendem Frühstück. Auf der Gästeliste stehen 14 führende Vertreter der SS, der NSDAP und der Reichsministerien. Alleiniger Punkt auf der Tagesordnung, die Endlösung der Judenfrage. Was als Wannsee-Konferenz in die Geschichte eingeht, ist die grundlegende Organisation des Unbegreiflichen, die Organisation des systematischen, industrialisierten Massenmords an den europäischen Juden. Im Juli 1941 wurde Reinhard Heydrich von Reichsmarschall Hermann Göring bevollmächtigt, die Gesamtlösung der Judenfrage in Europa zu koordinieren. Bis dahin waren Juden im Deutschen Reich nicht nur in Massen zur Auswanderung gezwungen worden. Seit Kriegsbeginn und verstärkt seit dem Überfall der Wehrmacht auf die Sowjetunion im Juni 1941 eröffneten sich dem NS-Regime ganz neue Dimensionen für ihre sogenannte Judenpolitik. Man hatte nun nicht mehr nur Zugriff auf die jüdische Bevölkerung im Deutschen Reich und im besetzten Polen, sondern auch auf jene in der Sowjetunion. Anstelle von Vertreibung und Auswanderung der deutschen Juden strebten die Nationalsozialisten mehr und mehr den Plan einer völligen Ausrottung aller europäischen Juden an. Dies sollte über elf Millionen Kinder, Frauen und Männer einschließen. Wann genau diese Entscheidung getroffen wurde und ob hierzu ein eindeutiger Befehl Hitlers ausgemacht werden kann, darüber ist sich die Forschung uneins. Aber wohl spätestens im Dezember 1941 müsste der Entschluss gefallen sein. Denn mit dem Stillstand der deutschen Truppen an der Ostfront und mit dem Kriegseintritt der USA wurde den Nationalsozialisten zunehmend bewusst, in welcher Sackgasse sie sich befanden. Sie sahen keinen anderen Ausweg mehr, als die mörderischen Verbrechen radikal zu Ende zu führen und zu siegen, um nicht im Falle einer Niederlage selbst dafür büßen zu müssen. Bereits vor dieser endgültigen Entscheidung waren Juden zu Hunderttausenden nach Osteuropa deportiert worden, wo sie in systematischen Massenerschießungen auf brutale Weise ermordet wurden. An diesem sogenannten Holocaust by Bullets waren nicht nur Einheiten der SS und der Sicherheitspolizei, sondern auch die Wehrmacht beteiligt. Auch Vernichtungslager waren bereits im Bau, in denen man erste Versuche zur Tötung mit Giftgas durchgeführt hat. So zum Beispiel in Chelmno, wo Menschen in speziell präparierte Lastwägen, sogenannte Gaswägen gepfercht und anschließend auf der Fahrt mit den eingeleiteten Auspuffgasen erstickt wurden. Die Männer, die im Februar 1942 auf Einladung Heidrichs zusammengekommen sind, haben also nicht den Holocaust beschlossen, wie fälschlicherweise häufig angenommen wird. Der Genozid war längst im Gange. Besprochen wurde am Wannsee weniger das Was als vielmehr das Wie, wie der Holocaust genau umgesetzt werden sollte. Ziel der Konferenz war es, das bisherige Ergebnis der Judenverfolgung zu resümieren und grundlegende Leitlinien für das zukünftige Vorgehen festzulegen. Unter anderem wurde geklärt, wer im Detail zum Opferkreis zählen sollte und mit welchen Methoden die Massenvernichtung möglichst materialgünstig, effizient und reibungslos vonstatten gehen konnte. Damit sollte die Grundlage für einen einheitlichen Vernichtungsplan geschaffen werden, um Europa schnellstmöglich, Zitat, judenfrei zu machen. Den Kern dieses Vernichtungsplans präsentierte Heidrich bereits in einem klaren Programm, das unter seinen Gästen große Zustimmung fand. Besonderen Klärungsbedarf hatte die Frage nach dem Umgang mit sogenannten Mischlingen und Juden in Mischehen, die seit der Etablierung der Nürnberger Gesetze im Jahre 1935 zwar massiv diskriminiert wurden, aber meist noch nicht um ihr Leben fürchten mussten. Man einigte sich schließlich darauf, früher oder später auch sie, bis auf wenige Ausnahmen, in die Mordpläne mit einzubeziehen. Festgehalten wurden diese und weitere Beschlüsse in einem von Adolf Eichmann verfassten Protokoll. Von den ursprünglich 30 Exemplaren ist nur eines erhalten geblieben. US-Truppen haben es nach Kriegsende in den Akten des Auswärtigen Amtes entdeckt und sichergestellt. Es gilt als eines der wichtigsten Zeugnisse des Holocausts. Denn es offenbart, wie die radikale antisemitische Rassenideologie über die weit verzweigten Arme des NS-Staates bürokratisch und arbeitsteilig in die Tat umgesetzt wurde. Darüber hinaus gewährt das Dokument einen Einblick in die nüchterne und euphemisierende Sprache der Wansi-Konferenz. Von Aussiedlung, Evakuierung, natürlicher Verminderung und Sonderbehandlung ist die Rede. Das Protokoll zeigt, hochgebildete Männer verhandelten am Konferenztisch in aller Sachlichkeit und in bester Stimmung über einen barbarischen, industrialisierten Massenmord, dem bis zum Ende des Krieges tatsächlich über 6 Millionen Juden zum Opfer fallen sollten. Liebe Flossenfreunde, ich hoffe, ihr fandet dieses Video informativ und gut gestaltet. In der Endcard findet ihr noch zwei weitere Videos. Einmal zum Thema Gleichschaltung im Nationalsozialismus und einmal zum Thema Kriegsverbrechen und Völkermord. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020